Haben die Stellen verloren? Alter, nein! Nicht! Jetzt hört's aber auf hier! Schluss damit! Ey, das bin ja ich sogar! Scheiße, jetzt hab ich ja lauter Quatschen gesehen, dass ich wieder hier... Yo Leute, was geht bei euch? Bei mir geht's weiter mit dem Leveln und ja, des Charakters und der Waffen und ja, viel Spaß macht's mir immer noch. Ja, dann hoffe ich mal, dass wir hier wieder reichlich Ärsche rasieren. Im übertragenen Sinne, nicht im buchstäblichen Sinne. Ja, und falls euch das Video gefällt, dann lasst mir gerne ein Like da, ein Abo oder ein Kommentar, wäre nice, würde mich übelst freuen. So... Alter! Schleicht das sicher an! Hui! Ey, wo geht's hier lang? Runter, runter, runter! So gefällt mir das! So, gefällt mir das! So, ganz weiter gehen! Yay! Da rammeln die Medaillen nur so rein! Das gefällt mir! Das find ich auch so richtig geil am Sniper. Die liegt um die Ecke! Jau! Nein! Das machst du ja bei uns, Andra! Willst du uns in den Rücken fallen? Ich hab sie wieder! Ich hab sie wieder! Die geile Kriegsmaschine! Ey! Nur den Panzer zerstört! Was ist da los? Jau! Hallo von der Kriegsmaschine! Liebesgrüße aus der Kriegsmaschine! Guckst du, blöde, was? Wollt ihr mich pushen? Und dann war Schluss mit lustig! Ja, nice! Style! So geil! So geil! Hallo! Ich treffe nur... Ich bin immer mit seiner Rüstung zerstört, Alter! Ist das aus Stahl oder was? Ey, ich bin direkt in der Stellung gelandet! Welch Zufall! Da stehen zwei von denen! Puh! 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 Alter! So jetzt! Ey, da hängen sie alle rum! Da wird mal raus! Oh! Okay! Kommen! Sehr schön! Stellung ist in unserer Hand! Sieht gut aus für uns! Sieht sehr gut aus! rächer nennt mich stecher rächer sind so viele leute auf einem haufen überhaupt erlaubt zu coronazeiten stellung darf eigentlich bloß von zwei mann mit 80.000 metern abstand eingenommen werden alter das ganze magazin da geschossen das ist keine übung die basis wird angegriffen das ist für ein probleme genau eigentlich 55 55 level für jede waffe gibt es da unterschiede die feuern hier rein aber als gäbe es kein morgen scheiß nach beim angriff ich bin der stellung die idioten den habe ich zwar noch blind weggeschossen ich dachte da steht das stand sei auch blind gefeuert geil gibt es wohl heiße spur 36 kills 25 wie ist es bei euch eigentlich gefällt es euch noch das spiel macht es euch noch spaß was habt ihr für erfahrungen eigentlich mit dem matchmaking gemacht bisher ist es wirklich so schlecht dies überall geschrieben wird ich kann es noch nicht so sagen also mit level 25 kann ich da wahrscheinlich noch keine großen aussagen treffen bis jetzt geht es eigentlich aber bis jetzt habe ich keine probleme mit dem matchmaking passt eigentlich ganz gut und die kd stimmt kills stimmen auch macht spaß siehst du und schon habe ich wieder eine freier serie da hänge ich kurzzeitig an ja blutrünstig da ist es kontakt zum spiel flugzeug abgebrochen kamerad hat die stellung da war ich fließt dort geschossen level 33 jährige baby keine chance junge danke baby kumpel ins kreuz geschossen er war im kreuzfeuer ein mordspiel stimm map wo kommt die map her da war einer alter nice nice vorhin döner gegessen also mit dem döner es ist immer ah das ist auch so eine hassliebe irgendwie ich habe manchmal so richtig appetit auf so einen scheiß fetten döner und dann schmeckt er auch aber hinterher könnte ich mal kotzen alter fast zu blöd gewesen ihn umzubringen zu blöd gewesen sie umzubringen also der döner am anfang lecker und aber je mehr ich irgendwie zum ende hinkomme umso weniger umso weniger schmeckt er mir dann geil fresse ihn dann natürlich trotzdem noch weil ich fressdumm bin rein hier fresse den döner und trotzdem noch wie gesagt und dann bin ich hinterher so zur folge fressen und satt und wenn man dann noch so fressen wie soll ich sagen das klingt etwas unabhängig aufstößt einen rülps lässt dann ist da immer noch dieser komische döner nachgeschmack da war noch einer wie gesagt da war einer und dann denke ich mir jedes mal alter nein wie das respekt respekt wer es selber macht und dann denke ich mir jedes mal nee döner so schnell nicht wieder und dann scheiße wie es auf der rabatte hing alter graziös elegant als würde sie dahin gehören das krasseste was ich mal an scheiße sind wir durch die Lappen gegangen ich mag es ja sonst nicht wenn es so nah ist aber diesmal habe ich die nerven behalten die übersicht den besseren überblick alter er wusste gar nicht wo ich war ich habe auch gar nicht gerade geschossen wie 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 gott krabbeln die stellen verloren alter nein nicht in position ich quatsch nur scheiße und dann liege ich verreckt in der ecke soll man vielleicht mein dummes maul halten und mich mehr aufs spiel konzentrieren dann würde ich vielleicht auch weniger sterben lass mich schnell meine stellung meine bestellung abholen ui 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 was habe ich denn hier schönes ein bogen was kann es mein schatz pfeile verschießen das ist mir schon klar aber bringt das auch was ich weiß es nicht mein schatz mein bogen ist weg ich weiß nicht was er macht der bogen war schneller weg als er da war nein jetzt hört es aber auf hier schluss damit wir haben ja was anheften yep ey hier steht ne kiste die kiste wird eingenommen hehehe meine kiste ihr kleinen hosen scheißer ah Panzerplatt alter hab ich auch nochmal Glück gehabt hier da hab ich aber auch nochmal Glück gehabt ich bin voll gepanzert jetzt hier der menschliche der menschliche Panzerjunge der menschliche Panzer jagt das Spionageflugzeug raus Stellung verloren der Steps gehört was passiert 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 es passiert einfach Kamerad reiß dich zusammen halt die Schnauze Snipe Wer hat die Splittergranate Wir haben die Führer verloren so nicht dass ich mich mit meiner eigenen Splittergranate in Stücke reiße so Leute jetzt komm ich mach den hinten hier Nein Niederlage 31 Kills 21 Mal gestorben Mist so Leute wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein Like da Kommentar zum Beispiel ja wie ihr das Spiel generell findet wie vorhin schon gesagt dass es euch Spass macht Ey das bin ja ich sogar Scheiße jetzt hab ich doch lauter Quatsch nie gesehen dass ich mit euch ja gut wir sehen uns bis dahin Tschüssi bis zum bis zum bis zum bis AM